Das Leben Eben, der Podcast zu Kirchen, Glauben, Religion und Gesellschaft. Heute möchte ich am Geheimnis von Ostern auf die Spur gehen, und zwar anhand eines Bildes, das ein Kind für mich gemalt hat. Also, Ostern, Geheimnis, dem Geheimnis möchte ich auf die Spur gehen, und zwar dieses Jahr ein bisschen anders als in anderen Jahren, anhand eines Bildes, das ein Kind gemalt hat. Es ist nämlich so, dass im November im Religionsunterricht bei mir das Thema Tod gewesen ist. Zwar nicht nur einfach Tod, sondern auch wie es weitergeht, nach dem Tod. Zu erkennen, der Tod ist nicht das absolute Ende. Wir haben uns intensiv am Anfang mit Ritual, vom Abschiednehmen und so weiter beschäftigt, und dann eben, wie es der christliche Glaube sieht, wie es weitergeht. Und am Schluss mussten die Kinder ein Bild des Lebens nach dem Tod zeichnen, so wie sie sich das vorstellen. Eine Mädchen in der Klasse, die ein Down-Syndrom hat, war während des ganzen Themen sehr ruhig. Ich habe aber gespürt, dass sie sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, und sich ganz viele Gedanken wahrscheinlich macht. Und wir haben mir immer wieder überlegt, was geht in ihrem kleinen Hirn wohl vor. Gerne hätte ich mehr darüber erfahren, aber sie ist die ganze Zeit eben halt einfach ruhig geblieben, hat auch nicht nachgefragt, auch wenn ich etwas gefragt habe. Sie hat nicht grosse Antwort gegeben. Und dann haben sie diesen Auftrag bekommen vom Bildzeichnen. Und da ist bei ihr ein geniales Werk rausgekommen. Nämlich dieses Werk, das ich euch jetzt vorstellen möchte, das ich euch zeige möchte. Ihr könnt euch das in den Gedanken vorstellen, wie das Bild rausgekommen ist von diesem Mädchen. Ich versuche es möglichst gut zu erklären. So geheimnisvoll, wie das Mädchen für mich ist, so geheimnisvoll ist nämlich auch ihre Zeichnung rausgekommen, vom Leben nach dem Tod. Sie hat mir selber nicht viel über das Bild gesagt, nur, wo ich dann gefragt habe, ob ich es brauchen darf, für den heutigen Podcast und Kolumnen in der Zeitung, hat sie ihr ein Einverständnis gegeben. Zuerst einmal springen wir auf ihrem Bild. Ihr dürft euch das Bild einmal vorstellen. Es sind zwei, drei dunkle Blumen ins Auge. Die sind auf dem Bild auf der rechten Seite, etwa in der Mitte, auf einer Wiese. Und irgendwie fängt das Bild dort auch an. Blumen, die am Verwelken sind, die dunkel sind. Das ist für mich ein Zeichen für den Karfreitag. Jesus geht seinen letzten Gang hier auf der Erde. Er muss die schweren Kreuz bis zu Golgatha tragen, wo er dann gekreuzigt wird und wo er stirbt. Es ist ein Tag vor Trauer, vor Still. Es ist ein Tag, der schwarz ist. Und dann wandert mein Blick aber hoch, über die Blumen. Dort scheint nämlich eine riesige Rakete zu sein. Eine Rakete mit viel Feuer. Und diese Rakete ist riesig und flitzt durch die Zeichnung durch. Sie rüttelt das ganze Bild richtig auf. Und sicher ist so eine Rakete auch recht laut. Und genau so ist es doch jetzt an Ostern passiert. Im Matthäusevangelium hören wir und können lesen, wie Maria aus Magdala und die andere Maria am Sabbat nach dem Grab von Jesus schauen. Und dort trifft sie ein gewaltiges Erdbeben. Und der Engel vom Herrn kommt auf sie runter. Und das Beben rüttelt die Frau richtig durch. Und sie haben auch Angst. Sie kommen nicht mehr draus. Was los ist? Was ist passiert? Doch der Engel sagt zu ihnen, habt keine Angst, fürchten euch nicht. Ich weiss, ihr sucht Jesus der Kreuzung. Der ist aber nicht da. Denn er ist auferstanden. So, so wie er es euch gesagt hat. Das können wir nachlesen in Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 5. Die Frauen haben sich im Grab herumgeschaut und sind dann davongesprungen. Davongesprungen, um die frohe Botschaft den Jüngern mitzuteilen. Die Rakete rüttelt die Szene richtig durch. Sie ist so riesig und passt irgendwie nicht ins Bild und dann doch wieder ins Bild. Und ihre Flugrichtung ist von rechts nach links gerichtet. Von den dunklen Blumen weg zu farbenfrohen Blumen. Zu einer Blumenwiese mit ganz viel Farben und obendrauf noch der Sonne am Licht. Aus dem Karfreitig wird Ostern durch das Durenbebnen, durch das Durenrütteln. Ein Freudigsfest. Es geht vorwärts. Jesus Christus ist auferstanden. Halleluja. Und jetzt endet das aber nicht einfach dort. Das Bild. Mein Blick geht nämlich jetzt unterhalb von der Blumen. Also dort, wo ja eigentlich vielleicht Wiese ist. Und dort hat es tatsächlich ganz viele Striche. Ich weiss aber nicht, ob es grässer sind. Es könnten nämlich auch Menschen sein. Und Jesus Christus kann uns das sagen. Ist ein Karfreitig auferstanden für uns. Alle. Für jeden von uns. Darum ganz viel Menschenstrich. Jesus bereitet uns eine Wohnung vor. So steht es im Johannes-Evangelium Kapitel 14 Vers 2. Nicht nur die Frauen am Grab und nicht nur die Jünger haben diese Auferstehung erlebt, betroffen gemacht und auch getroffen. Nein. Wir alle sind in die Ostererzählung reingenommen. Und wir alle sind angesprochen. Jesus Christus hat für uns alle gelitten, ist gestorben, auferstanden und nimmt uns alle mit ins Leben in Fülle. Und dann geht das Bild noch weiter runter. In die Erde hinein. Eigentlich dort, wo wir jetzt nicht mehr viel erwarten würden. Ausser vielleicht ein paar Würmer. Aber sonst ist da nicht mehr viel Leben. Aber das Mädchen hat gerade jetzt unter der Erde eine Art Regenbogen auf dem Kopf zeichnet. Ein Regenbogen, der vielleicht das Leben ausdrückt in all seiner Pracht und vielleicht auch die Schönheit des ewigen Reichs bei Gott. Wir wissen es nicht. Dort, wo auf jeden Fall unsere Logik sagt, da ist nichts mehr. Da ist tot. Da ist im Bild von dem Mädchen, einem Regenbogen, etwas Neues. Und das finde ich eben auch genial an dem Bild. Und noch etwas kommt dazu. Jetzt um den Regenbogen herum, können wir noch viele, die nach aussen zeigen. Stellen Sie sich einmal froh, Frauen wären erschüttert vom Grab weggelaufen und hätten nie etwas weiterverzählt von ihren Erfahrungen. Wir würden heute nicht Ostern feiern. Das Christentum wäre nicht entstanden und die kleinen Anhänger, Jesusgruppen, wären irgendwann auseinandergegangen. Und wir würden heute nicht Ostern feiern. Wir würden heute nicht wissen, was es geht. Wir hätten nie von dieser Auferstehung erfahren. Und darum braucht es jeder von uns. Jeder von uns, der auch rausgeht und die frohe Botschaft weiterverzählt. Und dann sind wir jetzt durch das Bild mehr oder weniger durch. Das ist so eine Interpretation von mir. Ich weiss nicht, ob es Mädchen Ähnliches denkt hat, andere Sachen gedacht hat. Ich weiss es nicht. Aber auf jeden Fall, das Bild kann uns Hoffnung schenken. Hoffnung in einer komplizierten und komplexen Welt von heute. Das Mädchen gibt der Dunkelheit in der Welt wenig Platz mit nur ganz kleinen, wenigen dunklen Blumen und konzentriert sich dann auf die hoffnungsvollen Farben. Und genauso ist es doch mit unserem Glauben. Wie das Bild ist letzten Endes auch unser Glauben bis zum Schluss ein Geheimnis. Ostern bleibt ein grosses Geheimnis. Aber wir können daraus Kraft schöpfen für den Alltag. Das Wissen, dass nach einer auswechslosen Situation plötzlich etwas Neues entstehen kann. Dass aus diesen verwelkten, dunklen Blumen neue farbenfrohen Blumen entstehen können und dass aus der Dunkelheit doch irgendwann das Licht kommt. Das ist Ostern. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Alessia bedanken, die das Bild gemalt hat. Ich wünsche Ihnen allen ganz ein frohes und hoffnungsvolles Osternfest. Das Leben eben. Der Podcast zu Kirchen, Glauben, Religion und Gesellschaft.